Es gibt jetzt einige neue und interessante Informationen zum Thema Boeing 737 MAX. Der Flugzeugtyp bzw. die Flugzeugfamilie steht seit mittlerweile knapp drei Wochen überall auf der Welt am Boden. Betroffen sind davon über 370 Flugzeuge. Und immer wenn wir über diese scheinbar noch optimierbare Boeing-Maschine sprechen, dann kommen wir früher oder später auch am MCAS vorbei. Und dann wiederum an einem Software-Update, das nun alle Zweifel bei diesem Flugzeugtypen beseitigen soll. Aber wir haben noch nicht so richtig darüber geredet, wie dieses Software-Update jetzt überhaupt aussieht, was das an der 737 MAX verändern soll. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal etwas genauer an, was Boeing da ausgearbeitet hat, inwiefern man mit ein bisschen Programmierung ein erfolgreiches Verkehrsflugzeug sicherer machen möchte und warum das alles der FAA noch nicht so richtig gefällt, was Boeing da gemacht hat. In diesem Sinne viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut, während die Ermittlungen zum Boeing 737 MAX Absturz in Äthiopien noch weiter auf Hochtouren laufen und auch immer weiter neue wichtige Erkenntnisse bringen, auf die wir gleich noch einmal zu sprechen kommen. Währenddessen arbeitet Boeing selbstverständlich fleißig daran, ihre unendlich wichtige Flugzeugfamilie 737 MAX jetzt wieder so schnell wie möglich, so sicher wie möglich in die Luft zu bekommen. Und das, wenn möglich, auch mit einem Ruf als sicheres Flugzeug. Und da spielt die in den USA verantwortliche Luftfahrtbehörde, die FAA, noch nicht so wirklich mit, wie der Flugzeughersteller das jetzt gerne gehabt hätte. In der letzten Woche stellte Boeing bereits das neue Update für das Maneuvering Characteristics Augmentation System der Boeing 737 MAX vor, das Software-Update, was jetzt all die Probleme lösen soll, die das Flugzeug scheinbar bis zum aktuellen Zeitpunkt noch hat. Also das hätte man jetzt innerhalb kürzester Zeit auf die ganzen Flugzeuge aufspielen können und dann die Maschine nach Ansicht von Boeing in einer noch viel sicheren Variante, als es vorher der Fall war, jetzt auch wieder in die Luft bringen können. Und die wichtigsten Änderungen, die jetzt mit diesem Software-Update kommen sollen, die sehen folgendermaßen aus. Der Boeing 737 MAX stehen zwei sogenannte Angle-of-Attack-Sensoren zur Verfügung. Zwei Sensoren, die den Anstellwinkel des Flugzeuges messen. Einer befindet sich auf der Entflugrichtung linken Seite, auf der Seite des Kapitäns, vorne an der Flugzeugnase. Der andere Sensor ist einfach auf der anderen Seite, auf der Seite des ersten Offiziers. Das MCAS nahm sich bis jetzt immer nur die Daten eines Sensors, da das System auch nur von einem der beiden Flugcomputer der 737 MAX pro Flug gesteuert wird. Das wechselt dann immer, aber es wird halt nur von einem Flugcomputer gesteuert und an diesem einen Flugcomputer hängt halt eben auch nur ein Angle-of-Attack-Sensor. Eine Redundanz, also eine mehrfache Ausführung bestimmter Systemkomponenten, quasi ein Auffangnetz dafür, falls die erste Variante, wie so ein MCAS funktionieren kann, eben nicht funktioniert, das gab es bei diesem System nicht und das ist bei eigentlich allen Bauteilen in der Fliegerei absolut üblich. Und genau so soll das jetzt auch nach dem Update laufen. Das MCAS nimmt sich von nun an die Werte beider Angle-of-Attack-Sensoren, beider Anstellwinkel-Sensoren und vergleicht diese Werte miteinander. Liegen diese jetzt mehr als 5,5 Grad auseinander, dann detektiert das System einen Fehler und das MCAS wird hier an dieser Stelle eben nicht mehr aktiviert. Dazu gibt es für die Piloten im Cockpit eine Information, dass das System fehlerhafte Angle-of-Attack-Daten festgestellt hat. Damit verfrühstückt man gleich mal die beiden größten Kritikpunkte des Systems und zwar fehlende Redundanz und fehlende Informationen für die Piloten. Ansonsten soll das System jetzt auch nur noch einmal eingreifen können und nicht in bestimmten Zeitabschnitten mehrfach die Nase des Flugzeuges nach unten trimmen. Des Weiteren nimmt man dem MCAS durch das Software-Update die Möglichkeit, den Piloten bei seiner falschen Reaktion zu overrulen. Heißt, egal in welcher Lebenslage das MCAS jetzt bei der 737 MAX einen Trim-Befehl Nase nach unten vorgibt, der Pilot kann immer nur durch das Ziehen am Steuerhorn das System übergehen. Und das sind jetzt erst einmal die wichtigen Änderungen und die kommen so von Boeing. Und das klingt alles überraschend logisch und nachvollziehbar oder nicht. Umso trauriger ist es natürlich irgendwo, dass all diese Eigenschaften bei dem System vorher anders waren. Ein weiterer riesiger Kritikpunkt hat sich jetzt aber auch noch geändert und zwar die aufpreispflichtige Anzeige des Anstellwinkels auf dem PFD, auf dem Primary Flight Display im Cockpit. Das gibt es von jetzt an immer dazu, ohne Aufpreis. Naja, der FAA, der Luftfahrtbehörde in den Vereinigten Staaten, reicht das aber alles noch nicht so wirklich aus. Zusätzliche Arbeit sei bei der Software, bei dem Flugzeughersteller noch nötig. Man bittet um weitere Verbesserungen und dann wird man das System des MKs mit der neuen Software natürlich einer allumfassenden Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Heißt es zumindest. Und das wird wohl noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Solange bleiben erst einmal alle Maschinen vom Typ 737 Max am Boden. Währenddessen hat heute die Transportministerin Äthiopiens erste Ergebnisse zur Untersuchung des Absturzes der 737 Max der Äthiopien Airlines vor fast einem Monat vorgestellt. Und da wird es dann wirklich interessant, Dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen dem 737 Max Absturz der Äthiopien Airlines und dem der Lion Air, das wissen wir bereits. Mittlerweile ist aber auch klar, dass das umstrittene MKs bei dem Äthiopien Airlines Absturz auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Dass es aktiv in die Trimmung des Flugzeuges eingegriffen hat und die Piloten, ganz wichtig, richtig reagiert haben. Sie haben so reagiert, wie es der Flugzeughersteller bei einem fehlerhaften Eingreifen des MKs vorschreibt. Und an der Stelle wird es dann wirklich ein bisschen gruselig. Scheinbar haben die Piloten das System über das Betätigen der sogenannten Stabilizer-Trim-Cutout-Switches deaktiviert. Das sind diese wichtigen Schalter, über die wir schon im letzten Erklärvideo zum MKs gesprochen haben. Und das ist das, was man tun soll bei einer Fehlfunktion des Systems. Da sich das Flugzeug nun aber manuell nicht mehr in einen stabilen Flugzustand bringen ließ, eventuell, weil die Piloten mit der komplett manuellen Trimmung des Fliegers überfordert waren. Weil einer muss ja jetzt das Flugzeug fliegen, der andere dreht dann diesem Rad, hohe Fluggeschwindigkeit, dichte Luft. Da haben die Piloten wohl die Entscheidung getroffen, die Schalter jetzt wieder umzulegen. Damit die Trimmfunktion des Fliegers wieder zu aktivieren und damit aber auch das MKs wieder zu aktivieren. Unterm Strich haben sie es dann nicht mehr geschafft, die Maschine aus dem Sinkflug wieder rauszubekommen. Das Flugzeug ist daraufhin abgestürzt. Und ich weiß, diese Informationen, die sorgen jetzt wahrscheinlich für viel mehr Fragezeichen, als dass sie uns Antworten geben können. Aber ich glaube trotzdem, dass das hochinteressante und sehr wichtige Informationen sind. Denn das deutet darauf hin, dass es hier beim Äthiopien Airlines Absturz der 737 MAX keinen fatalen Pilotenfehler gab. Und das ist zumindest für den Flugzeughersteller jetzt eine wirklich schlechte Nachricht. Und trotzdem, Schuldzuweisungen dürfen wir hier an dieser Stelle selbstverständlich nicht machen. Und das können wir auch gar nicht machen. Das übernehmen andere und die nehmen sich dafür jetzt noch eine ganze Menge Zeit. Und das ist auch richtig und in Ordnung so. Ansonsten soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Sobald es etwas Neues zu dem Thema 737 MAX gibt, dann besprechen wir das natürlich hier. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback zum Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.